Die Produktionsanforderungen FlexiBowl ist die innovative Lösung in Sachen Zuführsysteme. Aus langjähriger Erfahrung erwachsene hochpräzise, zuverlässige Zuführtechnologie für eine ebenso zeiteffiziente wie teileschonende Beschickung. Tempo, Präzision und Ausbaufähigkeit sind dabei nur einige der Vorteile von FlexiBowl, vor allem gegenüber herkömmlichen Systemen. FlexiBowl wird rasch geliefert, weltweit. Seine hochflexible Aufstellung gestattet eine einfache Einbindung in die Fertigungslinien vieler Industriezweige, wo diese Innovation heute schon erfolgreich eingesetzt wird. FlexiBowl ist im Übrigen mit allen Industrieroboter-Systemen kompatibel. Wir haben eine Reihe kostenloser Plug-ins zusammengestellt, mit deren Hilfe die Kommunikation mit allen Industrierobotern, kollaborativen Robotern oder Steuerungsrobotern möglich ist. FlexiBowl ist in fünf personalisierbaren Modellen erhältlich. Mit Hilfe eines genauen, kostenlosen Machbarkeitstests unterstützen wir Sie bei der Auswahl der passenden Modellversion. Ganz gleich, ob hohe Stückzahlen oder unterschiedliche Schüttgutgeometrien oder Abmessungen, FlexiBowl gewährleistet hochpräzises Teilehandling. FlexiBowl ist dank intuitiver Software bedienerfreundlich und bietet Autonomie und einfache Programmierbarkeit sowie maximale Bediensicherheit. FlexiBowl steht für Skalierbarkeit, lässt sich bequem versetzen und kann aufgrund einer Vielzahl an optionalen Zubehörteilen zeitnah an Umstellungsprozesse in der Produktion angepasst werden. FlexiBowl kann auch als Cleanroom-Version geliefert oder mit einer Reihe von Funktionen ausgestattet werden, die es ermöglichen, die Rotationsscheibe schnell zu entleeren und die Teile wieder in den Abgreifbereich zurückzulenken. Unkomplizierte Integration ist aber nicht das Einzige. Wir begleiten Sie von der Entscheidungsfindung bis zur Aufstellung, in Betriebnahme und auch während der Produktion. Unser Kundendienst ist über viele Kanäle erreichbar, einschließlich Fernwartung. Über das Magazin werden die Teile dosiert der Rotationsscheibe zugeführt, was für den Bediener ein hohes Maß an Autonomie bedeutet. Die Steuerung erfolgt vollautomatisch. Der Zuführbehälter ist mit 1,5 bis 40 Liter Inhalt erhältlich, je nach erforderlicher Zuführautonomie und Produktionsleistungserwartung an das System. Das Magazin ist aus Edelstahl, je nach Bedarf mit Kunststoffbeschichtung sowie mit Schnellentladeklappe, Handschutz und Dosierschranke erhältlich. Es kann als Schwingförderer ausgeführt sein, ideal um die Komponenten gleichmäßig auf der Rotationsscheibe zu verteilen. Oder aber als Bandförderer, der sich besonders bei Komponenten eignet, die mehr Halt auf der Unterlage erfordern. Bei größeren Teilen oder mehr Autonomiebedarf empfiehlt sich der Anbau eines motorisierten Magazins, welches die Systemkapazität erhöht. Wir verfügen über eine breite Auswahl an Scheibenoberflächen, die antistatisch, teileschonend und stabilisierend sowie teilweise FDA-konform ausgelegt sind. Dank Top-Light und Hintergrundbeleuchtung lassen sich die stabilisierten Teile mittels Lichtrefraktion leicht erfassen. Über ein ladelastabhängiges, hochmodernes Steuerungssystem werden Roboter- und Magazinbeladung angesteuert. FlexiBowl ist mit handelsüblichen Bildverarbeitungssystemen zuverlässig kompatibel. Alternativ bietet sich der Einsatz unseres Kamerasystems FlexiVision an, das sich optimal integrieren lässt und eine dynamische Steuerung sämtlicher FlexiBowl-Funktionen sicherstellt. Die Betriebssequenz ist zur Minimierung etwaiger Leerlaufzeiten ausgelegt. Das Magazin, das über das Kamerasystem die Steuerungssignale erhält, dosiert die Teile präzise. Das Abstreifblech lenkt sie vom Rand zurück in den Abgreifbereich. Die Rüttel-Einheit separiert die Teile und richtet sie passgenau aus. Über das Visionssystem werden die Abgreifkoordinaten an den Roboter übermittelt. Das Zuführsystem verfügt über drei Betriebsarten. In der Betriebsart Standard führt das Magazin die benötigten Teile der sich drehenden und rüttelnden Scheibe zu. Somit werden die Teile optimal ausgerichtet und die präzise Entnahme durch den Roboter sichergestellt. Im Dauerbetrieb FlexiTrack wird das System mit gleichbleibender Geschwindigkeit betrieben, während der Roboter die Teile entnimmt. Diese Betriebsart eignet sich besonders dort, wo hohe Produktionskapazität gefordert ist. Die Mehrfachzuführung gestattet die zeitgleiche Zuführung von bis zu sechs Teiletypen unterschiedlicher Bauart. Und das nur mit einem System. Untertitelung des ZDF für funk, 2017